Dieser Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist 5-türig, bietet Platz für 4 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 150 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.